Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und was soll ich sagen, ich habe es aufgegeben, ich habe zwei Videos nochmal gemacht zur Meisterliga in der GO Battle League. Ich habe nach dem Video weiter gekämpft, gekämpft, aber es ist wie immer, sobald du Rang 8 erreichst, du drehst dich nur noch im Kreis. Ich habe mit Benjamin auch darüber geschrieben, immer wenn ich mal ein Kampfset gewonnen habe, so 4 von 5, 3 von 5, habe ich immer gleich Bild geschickt und gesagt, guck dir das an, Pokémon Belohnung, 5 von 5 gewonnen, richtig krass und dann nächstes Set alles verloren und es steigt, es fällt, es steigt, es fällt, es geht hin und her und er hat denselben Fluch wie ich, hat er auch gesagt, dass er einfach nicht Rang 9 erreicht, er schafft es einfach nicht Rang 9 zu bekommen, genauso wie ich, es ist egal. Leute sagen, ja, nimm das Togekiss wieder als Lead rein, mach das so, mach das so rum, probier mal hier, probier mal da, pack die Schleife auf Dialga, keine Ahnung, aber weiß ich nicht, es ist, es ist Glückssache manchmal wirklich, welchen Gegner man kriegt. Manchmal ist das schon zum Scheitern verurteilt, ihr seht, das erste Match, oh mein Gott, ich muss wechseln, ihr wechselt, ihr wechselt, ihr wechselt hinterher, es ist wie Katz und Maus, ihr habt schon verloren. Die ersten zwei Pokémon, die sich gegenüberstehen, die entscheiden schon alles. Habt ihr den Vorteil, muss er wechseln und ihr wechselt hinterher und verfolgt ihn oder andersrum. Jetzt gibt es aber News. Ich habe ja heute schon hier den dritten Raid hochgeladen von diesen Mega-Entwicklungen, morgen gibt es das letzte Video dazu, aber das möchte ich mir nicht entgehen lassen, dazu jetzt ein Video zu machen, denn die vierte Saison der Go-Kampf-Liga ist angekündigt, News, Änderungen, alles mögliche ist da und es wird wohl diesmal ganz einfach sein, möchte ich sagen, Rang 9 zu erreichen Und dann sind sogar News, für die fünfte Season der Go-Kampf-Liga dabei und so wie es ausschaut, müsste es dann jedem möglich sein, Rang 10 zu erreichen. Rang 10, unvorstellbar, Rang 10, das Wrestler-Pikachu, das Lucha Libre-Pikachu, wollte ich schon immer haben. Man, jetzt stößt es mir jemand so auf, trinkt keine Cola vor dem Stream, ne, weil Pupsi immer sagt, boah, trink mal den Rest, ich schaffe das nicht mehr, ich trinke ja sonst nur Wasser und Bier. Aber egal, Rang 10, Rang 9, ich war am Arsch, Junge, ich war so komplett, ich bin immer nur Rang 7, okay, dann ein bisschen rumgewühle bis Rang 8 und ab Rang 8 nur noch kreisgedreht. Aber jetzt, was gibt es für Änderungen nach der dritten Season bei der vierten, bei der fünften? Es gab diesen offiziellen Blog-Post wieder, hier, Post, da ist auf jeden Fall alles zusammengefasst, aber wir wollen natürlich hier auf diese Seite gehen von GoGames. Die haben das nämlich noch schöner zusammengefasst und damit ihr hier drüben nicht diese ganze Werbung dazwischen habt, obwohl stört das, eigentlich stört es nicht, wenn wir das so machen, ist alles hier schön links. Wenn wir die Seite aber groß machen und das Pikachu wieder reinholen, dann haben wir das komplett verdeckt, ihr habt das in der Mitte, aber hier links ist alles frei. Ach, keine Ahnung, wir machen es jetzt groß, ich hoffe, da erkennt man mehr. GoBattleLeague Season 4 und 5, haltet euch fest. Ihr werdet sicherlich schon davon gehört haben, wer noch gar nichts gehört hat, der soll sich jetzt fester als festhalten. GoBattleLeague Rückblick, ja, steht alles dabei nochmal, was wie wo. Ähm, immer wieder gab es natürlich Probleme hier auf den oberen Rängen, mogeln sich die Spieler rein mit Exploits. Nayendik sah sich sogar gezwungen, die Fehler in einem separaten Blog-Post anzusprechen, bla bla bla. Dann lässt das Interesse der Spieler nach, aber sie haben jetzt Sachen geändert, denn Saison 4, Zeitplan. Am Ende der dritten Saison erhalten alle Spieler die Belohnungen für das Ende der Saison inklusive einer Elite-Lade-TM ab Rang 7 aufwärts. Das heißt, bei Rang 8 ist man ja gut gestellt. Man kriegt auf jeden Fall immer die Elite-Lade-TM. Und ab Rang 7 natürlich auch. Kriegt ihr auch die Elite-Lade-TM, schreibt es mal rein, ich habe bisher immer eine bekommen. Äh, diesmal ist es die Lade-TM, beim letzten Mal war es dann die Sofort-TM. Beim nächsten Mal wird es auch wieder die Sofort-TM geben, obwohl ich die Lade-TM eigentlich viel krasser finde. Keine Ahnung, was ich mit der Sofort-TM machen sollte. Der ist Butter! Katapult! Ansonsten fällt mir eigentlich nichts ein. Aber ihr habt natürlich die Termine wieder. Saison 4. Superliga, 1500 WP, Montag 14. September bis 28. September Hyperliga, Montag 28. bis Montag 12. Oktober, Meisterliga, Montag 12. Oktober bis Montag 26. Oktober. Ihr wisst, ist alles zugelassen. Und dann erstmals hier ein Halloween-Cup. Das klingt auf jeden Fall auch interessant. Erstmals in dieser Season folgt ein spezieller Cup zum Thema Halloween. Weitere Details hier unten. Der geht vom 26. Oktober bis zum 3. November. Dann kommen alle Ligen wieder zurück. Da könnt ihr euch also aussuchen, was ihr macht. Egal, ob Super, Hyper, Meister, Premier Cup in irgendwas dabei. Vom 3. November bis 9. November. Mit dem Ende der 4. Season beginnt die 5. Season in der Go Battle League. Wer hätte es gedacht? Was ist aber der Halloween-Cup? Halloween-Cup Details. Der Halloween-Cup ist das erste Turnier der GBL, welches sich am Format der Sylph-Arena-Cups orientiert. In diesem Turnier sind ausschließlich Pokémon der Typen Gift, Geist, Käfer, Unlicht und Fee zugelassen. Der Halloween-Cup ist auf Pokémon bis 1500 WP beschränkt. Jetzt wollte ich da meinen Togekiss reinholen, aber 1500 WP, das sind natürlich wieder ganz neue Spielregeln. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich denke mal, da werde ich auch eine Folge drüber machen, wie ich im Halloween-Cup kämpfe. Ich werde in der 4. Season natürlich versuchen, diesmal Rang 9 zu erreichen. Da wird mich nichts von abhalten. Muss auf jeden Fall mehr kämpfen. Ich habe mir sonst immer Zeit gelassen, habe nur einmal gekämpft in der Super-Liga, einmal in der Hyper-Liga. Dann war ich kurz vor Rang 7 und mit dem Kämpfen in der Meister-Liga habe ich dann die 7 erreicht. Durch eine weitere Folge bin ich Rang 8 und dann war ich immer fertig. Wenn ihr komplett immer kämpft Tag und Nacht, seid ihr sicherlich weiter und aktiver und habt auch mehr Kämpfe als ich. Aber ich habe es immer alles schleifen lassen, weil ich ja gesehen habe, ab 8 drehe ich mich eh. Also brauche ich nicht am Anfang so viel machen. Ich mache immer mal ein bisschen, dass ich am Ende Rang 8 bin und dann reicht das. Jetzt Rang 9. Rang 9 ist das Ziel und warum, seht ihr nämlich gleich bei den Änderungen. Aber beim Halloween-Cup auf jeden Fall 1500 WP. Giftgeist Käfer Unlicht Fee. Als Belohnung für den Halloween-Cup könnt ihr Begegnungen mit dieser Sam Schickiglomanda in ihren Halloween-Kostümen erhalten. Ist für mich jetzt eigentlich nicht so interessant, außer die haben andere Kostüme, die es noch nicht gab. Aber die bisherigen Kostüme hat man ja eigentlich, kennt man. Falls die wieder shiny sein können, ist noch cool für Sammler. Die shiny Varianten der einzelnen Halloween-Kostüme habe ich persönlich leider schon im Beutel. Aber es geht ja um den Spaß dahinter, im Halloween-Cup zu kämpfen. Jetzt aber die großen Änderungen in der 4. Season. Ränge verhalten sich anders in der 4. Season. Für Rang 2 bis 9 benötigt man lediglich eine bestimmte Anzahl an Siegen. Unabhängig von eurer Bewertungszahl. Das ist das allererste Mal. Bisher war es ja immer so, ihr musstet 2500 Punkte erreichen, damit ihr Rang 9 erreicht. Jetzt müsst ihr nur eine bestimmte Anzahl an Siegen erreichen und die kommen irgendwann. Selbst wenn ihr ein 5er Set spielt und nur einen Kampf gewinnt, normalerweise eure Punkte haben immer abgenommen. Ein Kampf gewonnen, Punkte nehmen ab. Zwei Kämpfe gewonnen, Punkte nehmen ab. Drei Kämpfe gewonnen, Punkte nehmen zu. Fünf Kämpfe gewonnen, Punkte nehmen drastisch zu. Aber jetzt, selbst wenn ihr ein komplettes 5er Set verhaut und verliert, egal, wenn ihr nur einen Kampf gewinnt im ganzen 5er Set. Es bringt euch voran, es bringt euch voran. Egal wie viele Kämpfe man braucht, ihr habt Zeit, nutzt das, macht das. Rang 9. Wer noch nie auf Rang 9 war, nutzt das, geht auf Rang 9. Das wird mein Ziel, wenn ich nicht Rang 9 schaffe in der 4. Season, dann höre ich auf mit Pokémon. Dann habe ich nicht alles gegeben, da habe ich nicht genug Zeit und Leidenschaft in mein Hobby gesteckt. So, eine bestimmte Anzahl an Siegen, unabhängig von eurer Bewertungszahl, lediglich für Rang 10, wird nach wie vor eine Bewertungszahl von 3000 benötigt. Okay, die hatten, ne, im Garten, ihr wisst Bescheid, als Belohnung für Rang 10 wird es eine neue Avatar-Pose geben, also nicht mehr den Hitler-Gruß, sondern was anderes. Wer zum Ende der Saison Rang 7 oder höher ist, erhält eine Elite sofort TM. Wie gesagt, jetzt in der dritten gibt es also die Lade-TM, da gibt es die sofort TM. Das bleibt gleich, keine Laufanforderungen, Avatar-Items von Blaueich ab Rang 10. Nein, da komme ich ja nicht hin. Pokémon-Belohnungen, Taubos ab Rang 1, Skala-Zick-Zacks ab Rang 4, Galaporenda ab Rang 7, Geronimatz ab Rang 8, Zurokex ab Rang 9. Das heißt, ihr kriegt einen Zurokex, garantiert, auf Rang 9. Ihr müsst nur genügend Kämpfe gewinnen, egal wie viel ihr vorher verliert oder macht oder hin und her. Pikachu-Libre ab Rang 10. Immer noch in entfernder, nicht absehbarer Reichweite. Die Go-Battle-Night, was war da denn los? Die Go-Battle-Night-Kampfnacht ist ebenfalls ein neues Format, welches in dieser Saison erstmals eingeführt wird. Ein ganzer Abend, der im Zeichen der GBL steht, in dem Spieler bis zu 100 Kämpfe gleich 20 Sets spielen können. 24. September, 18 Uhr bis 24. September, 0 Uhr. 6 Stunden, ihr könnt 6 Stunden lang 100 Kämpfe austragen. Live-Stream? Ja, aber das geht ja nicht, wenn ich einen Live-Stream da machen würde und würde 6 Stunden lang 100 Kämpfe machen, dann kann ich ja keine Geschenke an dem Tag machen. Das wäre auf jeden Fall eine richtig harte, fette Sache. 6 Stunden GBL-Livestream. Bruder, wer macht das sonst? In der Go-Battle-Night, da haltet ihr doppelt so viel Sternenstaub für die Kämpfe in der GBL. Das ist auch gut, denn viele spielen das ja auch wegen Sternenstaub. Ich finde, in der Zeit, wie ihr 5 Kämpfe macht, habt ihr vielleicht aber mehr Pokémon gefangen und eigentlich mehr Staub bekommen. Jetzt, wenn es den Doppelten gibt, vielleicht gleicht sich das an und ihr habt doch was davon. Flying Cup, der war ja schon mal angekündigt, ist dann aber wieder verschoben worden. Keiner hat ihn mehr auf dem Schirm gehabt. Im Rahmen der Go-Battle-Night findet der Flying Cup statt, in dem ausschließlich Pokémon des Typs Flug zugelassen sind. Flug, ja! Der Flying Cup wird in der Superliga bis 1500 WP gespielt. Flug, ja! Keine Ahnung, nimmt man halt doch Taubsi. Guck, Tauboss mit Windstoß parallel zum Flying Cup habt ihr die Möglichkeit, einen Tauboga zu einem Tauboss zu entwickeln, um die exklusive Attacke Windstoß zu erlernen. Neue Attacken, anfallen, eine Ladeattacke vom Typ Käfer, die den Angriff des Gegners senkt. Zunächst werden Maske regen und Voltula diese Attacke erlernen können. Käfer gebrummen, diese Attacke vom Typ Käfer richtet nur weniger Schaden. Schaden an, steigert jedoch den Angriff des Nutzers. Richtet nun weniger Schaden an. Dann ist es ja so ähnlich wie Steigerungssieb, oder? Dass euren Angriff steigert und Steigerungssieb an sich ist ja nicht so stark, aber steigert euren Angriff. Nitroladung, diese Attacke vom Typ Feuer richtet nun weniger Schaden an. Steigert jedoch den Angriff des Nutzers. Ampelleuchten, diese Attacke vom Typ Käfer hat nun eine Chance, den Angriff und die Verteidigung des Gegners zu senken. Hornweisel wird zukünftig die Attacke am Beleuchten erlernen können. Und jetzt, haltet euch fest. Haltet euch Gottverdammt nochmal fest. Vorschau auf Season 5. Ihr wisst, Season 4 wird geändert, dass ihr für Rang 9 keine Punkte mehr braucht. Nur noch eine bestimmte Anzahl Siege. Rang 10 weiterhin mit 3000 Punkten. Aber Vorschau auf Saison 5. Die fünfte Season der Go Battle League dauert ausschließlich drei Wochen an. Ist ein bisschen wenig, oder? In dieser Season wird es außerdem keine Rangbewertung geben. Für euren Rang ist in der fünften Season ausschließlich die Anzahl der Siege verantwortlich. Fazit, da Rang 10 für die meisten Spieler nach wie vor unrealistisch ist, sind die Belohnungen unter Rang 10 die einzige Motivation für viele Spieler. Die seltenen Halloween-Starter könnten also zumindest einige Spieler für die Go Battle League begeistern. Je nach Anzahl der benötigten Siege in der fünften Season könnten deutlich mehr Spieler Rang 10 erreichen. Alle News zu Tele... ach egal, alle News zu Pokémon Go, Telegram-Kanal, bla bla bla, Pokémon Go Blog. Was ist da los? Warum machen die das? Vergesst Rang 9, von wegen, wenn ich nicht Rang 9 erreiche, dann höre ich auf mit Pokémon. Rang 10, Bruder, in der fünften Season. Wenn ich nicht Rang 10 erreiche und mir mein Pikachu-Libre abhole, dann höre ich auf mit Pokémon. Ich sage dir, das kann doch nicht sein. Ihr müsst nur gewinnen. Irgendeinen Kampf müsst ihr halt gewinnen. Und das hunderttausendmal auf Rang 9, um Rang 10 zu werden. Dafür erstmal auf Rang 8, um Rang 9 zu werden. Uh, ich glaube, dass... Ramses, back mal lieber kleine Brötchen. Du hast noch nie in Rang 9 gekämpft. Wer weiß, ob du da überhaupt einen Kampf gewinnst, wenn du in Rang 8 schon so rumeierst. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Rang... Rang 9, Season 4. So nah wie noch nie. Es ist diesmal möglich, wirklich. Wenn ihr aktiv dabei seid. Rang 10 in Season 5 geht zwar nur drei Wochen insgesamt, aber trotzdem. Rang 10. Pikachu. Pikachu ist das Ziel. Wer von euch hat schon ein Lucha Libre Pikachu? Schreibt es in die Kommentare. Wie sieht das aus? Seid ihr gehypt? Habt ihr Bock? Werdet ihr suchten? Werdet ihr Rang 9 und Rang 10 erreichen? Werdet ihr es machen? Wie ich, ne? Und werdet eure Pokémon-Karriere an den Nagel hängen? Wenn ihr es nicht schafft, wir sind gespannt. Ich gucke, was passiert. Das war's von meiner Seite aus. Wir wollen jetzt eigentlich los zum Grillen. Obwohl es regnet wie Sau. Dreckswetter. Steht drin. 10% Regenwahrscheinlichkeit und was passiert. Es regnet natürlich. 10%. Das ist Glück auf jeden Fall. Das war's von meiner Seite aus. Freut ihr euch auf die nächsten Seasons der GBLs? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann es nicht fassen. Pikachu Libre. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for hot. Euer Ramses.